Eigentlich ist das Farbenausfüllen in Procure total einfach, aber ist dir das auch schon passiert, dass sich auf einmal alles gefärbt hat und du weißt nicht warum? Ein Fehler kann natürlich sein, dass du hier etwas nicht geschlossen hast, aber wenn du das schließt, sollte das auf jeden Fall funktionieren. Außerdem kannst du auch in einer falschen Ebene sein, auch das ist schnell gelöst. Aber es gibt trotzdem das Phänomen, dass du scheinbar alles berücksichtigt hast und das trotzdem geht. Und dann ist es hier oben dieser Grenzwert, den du nach links und rechts verschieben kannst. Also du bleibst mit dem Stift drauf und dann kannst du den nach rechts und links schieben. Und wenn das dann einmal gelöst ist, kannst du alles schön ausfüllen und machen wir dann schön blauen Hintergrund und dann können unsere Fische schön rumschwimmen. Mehr Tipps und Tricks rund um das digitale Zeichnen findest du bei uns im Account oder im kostenlosen digitalen Sketchcamp, das Ende August stattfindet. Melde dich jetzt an.